Was da heute passiert, das ist ein Benefitz-Event, also eine Boulder-Veranstaltung für die Ute-Polder-Wettbewerb. Julia hat sich bei mir vor über einem Jahr gemeldet, dass sie gerne ein Polder machen wollen würden. Dass sie das Ganze im Casino-Style, also einen Fun-Bolder-Wettbewerb machen wollen. Das hat mich sehr gefreut, weil wir vom Verein Ute-Pock immer sehr froh sind, wenn etwas passiert. Wir brauchen die finanzielle Unterstützung, das ist eben Spenden sammeln, aber wir brauchen vor allem auch die Unterstützung im Kopf. Es gibt auch einen Pord in die Schleuch Mỹ über die Schleuchten gewaltt. Drinnen und Schleuchten-Patterein Scheppern Mystery und Schleuchten-Patterein Wir brauchen die Schleuchte-Pagessen-Kahner. Wir brauchen die Schleuchteile oder Päsegülle oder Bösegülle. Wir brauchen die Schleuchteile und Karteik-Fahrzeuge. Wir brauchen die Schleuchteile. Die Schleuchteile ist ein Problem für die Schleuchteile. Ich möchte sehr herzlich bedanken an die Organisatorin, das war ein echt super cool Event und dass so viele Leute trotz der Hitze gekommen sind, also das Applaus!